Ich hoffe, ich habe beim Schmied noch gespeichert. Eigentlich möchte ich das nochmal machen. Das wäre echt dämlich von mir. Was ist denn das für ein Vieh? Ein Unheult? Nee, ne? Pullaffe. Teufelsbewusst und Reliktöl. Das hat nur Samen und Bomben. Fuck. Falscher Trank. Falscher Trank. Falscher Trank. Falscher Trank. Falscher Trank. 3 das ist die zu flüchten das sieht so aus Au! Das war aber nur eine coole Position. So geblendet. Woa! ne ich muss noch mal den alten Spielstand lernen aber der ist schaffbar da bin ich mir sicher den schaffe ich und das ist ein Reliktöl Teufelspuppes selbsternannten Herrscher Wieners der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen dann war sie nach Novigrad weitergezogen korrektamente das war schon wieder so schlau von mir alter Verdammt Teufelspuppes fehl mir Zutaten ach so der normale Teufelspuppes den kann ich gar nicht kann ich den nicht kann ich den nicht was macht ein Drachentraum Gas Schaden Blenden ich kann den normalen Teufelspuppes nicht Reliktöl kann ich bestimmen doch kann ich Scheiße ich brauche Mistelzweige und die habe ich auch nicht verdammt okay wir müssen was anderes machen ich muss leider nehm ich halt Wasser so Schinkenbrötchen der ist zu schaffen ich hätte auch gerne schöneres Wetter aber gut das Vieh stinkt so oder so und dann auch noch bei Sonne entschwitzt er und dann stinkt er noch mehr wenn das Vieh überhaupt dazu in der Lage ist komm schon komm schon wie die Vanditen in Wehlen sagen aus dir mach ich Hackfleisch ja ich bin ich bin ich bin Bitch. Jetzt hast du mich getrunken. Scheiße, wollte ich gerade abhauen. Boah ey. Das ist wie bei Dark Souls, man muss nah dran bleiben. Hab ich so jetzt gefühlt. Das dauert jetzt viel länger, merke ich gerade. Also ich dachte, das hält nur 10 Sekunden, das hält 30. Okay, immer am Arsch. Weg, 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 weg. Blödes Scheiß. Kann ich ihn mit meiner Armbrust ein bisschen zusetzen? So, jetzt zieh ich ihn auf dem Scheiß. Damit kann ich ihn vielleicht von Meilen abhalten. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Das heißt Vieh ohne Öl und alles. Das wird echt süß. Ich guck gleich. Aber ich habe ja auch keinen Teufels-Bogist. Das ist ja total merkwürdig. Das ist voll die Standardbomben eigentlich in der Wirtschaft. Der hat mich so ein bisschen an die Wurfmesser. Okay, zu viel Vergiftung. Geht die langsam weg. Hat vergiftet, aber egal. Das war mir nicht so egal. Jetzt um 4 Stunden Bosskampf, das gibt es doch nicht. Das wäre nur mein Mini-Boss. Das wäre nur mein Mini-Boss. Ich glaube, Wasser ist so wie Essen. Das bringt gar kein extra. Jetzt habe ich nämlich den Short bei dem Kubak-Glitch. Was auf einmal besiegt. Ja, solange nicht Enrage geht, könnte ich das schaffen. Wenn er sich nicht die ganze Zeit verändern würde. Das war nicht geplant. Er kommt noch weniger auf seine Höhle klar als ich. Aber ich werde hier. Weg, 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 weg. Ich nutze mal kurz die Zeit. Ja, komm hier. Er will Lüg. Er will Lüg, wie auch immer das heißen soll. Und... Und das hier. Ah, Gäste, übrigens hier nix. Ach scheiße, das ist ein Charge, den haben wir können. Das ist ein Cash. Ich verstehe. Ich verstehe. Gib mir das. Und das ist kein Cash. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, da steht er richtig scheiße. Ist mir auch abgefallen. Oh, das war ein bisschen zu viel des Guten. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Und ein bisschen Konzentration funktioniert das ganz gut. Aber damit kriegst du jeden Gegner gedauert. Das ist das Schöne. Der ist True Geralt, der True Witcher. Wenn ich noch mal die Taktik rausgefunden habe, so zum Beispiel. Ich hatte sogar noch... Jetzt habe ich einen verstanden. Ich darf mal nicht. Vielleicht darf ich wieder. Scheiße, das war nicht geplant. Ich kann jetzt das andere auch mal wieder benutzen. Das darf ich jetzt echt nicht wegschmeißen hier. Ja, er willig, bringt mir aber nichts. Ist auch wieder nur Vitalität. Das darf ich wieder beim Essen. Bringt der Alkohol dafür mittlerweile was anderes? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn der Höhle liegt sehen, ist echt schrecklich. Pass mich mal. Gib mir noch einen mit, überhaupt. Äh, ich komme so schnell nicht mehr weg, dann. Mittlerweile dreht er sich aber auch wieder viel zu gut. Nicht Charging. Der Kopfstoß ist richtig ätzend. Richtig ätzend ist der. Und natürlich der Charge. Lass mich gehen. Ey, mal diese Sexheilung. Das ist kein Giftschal, bin ich mir sicher. Ich habe hier aber gerade richtig Glück gehabt, dass das noch geklappt hat. Bitch. Aber er heilt zum Glück so wenig, dass das echt nichts ausmacht. Ich glaub, der will auch nur seine Rohr. Ich weiß, wir sollen da absolut gegen den Durchrollen. Oh, gestreift man. Da hat er mich noch gestreift. Mit dem Öl wäre das alles zehnmal so schnell gegangen. Eigentlich macht der nicht mehr so viel Scham. Der hat mich ja früher, glaube ich, gewon-hitted. Fuck, das war der Job. Nein, er hat mich besiegt. Oh, scheiße. Okay, das tue ich mir nicht noch mal an. Wenn ich jetzt schnell einen Typen finde, dann... Ah, okay, ich habe genau vor dem... Ach ja, okay, ich habe vor dem Gewinnmatch gespeichert. Dann muss ich das Gewinnmatch noch mal machen, das ist doof. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Alles klar, Kollege. Kennen wir ja schon. Wenn wir auch noch Karten schmeißen. Das habe ich zu schnell gedrückt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.